Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video! Kaffeesatz lesen Was erkennen wir aus dieser Kaffeetasse? Das schauen wir jetzt an. Dieses Bild zeigt ein Herz. Ein Herzensangelegenheit. Natürlich in erster Linie handelt es sich um die Liebepartnerschaft. Ein Neuanfang, eine neue Begegnung oder dass ihr diese Liebe genießen sollt. Aber hört auch auf euren Herz. Was ist noch in euren Herzen geschrieben? Das sind alle Herzensangelegenheiten. Ein Hobby, die Berufung, die Familie oder Freundschaften, Natur, Kunst, Musik, Tanz, Bewegung oder Sport. Hört auf euren Herz und genieße diese Begeisterung und auch diese Liebe. Und das war die Botschaft aus dieser Kaffeetasse. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici Eure Dendera Susanna Medici Eure Dendera Susanna Medici